Guten Abend, hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit Bildbeschreibung. Wir haben vier Fotos, zwei Themen. Wir schauen uns die Fotos gemeinsam an, wir beschreiben sie und dann versuchen wir Fragen zum Thema der Fotos zu stellen und auf die Fragen zu antworten. Wir schauen uns das erste Foto an. So, wer kann uns sagen, was wir hier sehen? Was sehen wir hier? Wie immer, wir fangen mit den Personen an, von oben nach unten und dann können wir uns die Umgebung anschauen, die Umgebung beschreiben und etwas zu der Situation sagen. Was sehen wir da? So, wir fangen wie immer an. Auf dem Bild sehe ich, ja, Ferhat schreibt, zwei Frauen. Nein, es sind nicht zwei Frauen. Auf dem Bild sehe ich, ähm, zwei Frauen, nur eine Frau, oder? Eine Frau und einen eleganten Mann, schreibt er. Zwei Personen. Geht zwei Personen, meinst du? Genau, eine hübsche Frau und einen eleganten Mann, ja. Narges schreibt, ich suche eine Frau, suchst eine Frau und einen Mann. Du meinst, du siehst, ich sehe eine Frau und einen Mann. Zwei Personen, einen Laptop, schreibt Juf. Zwei Personen, einen Mann. Akkusativ. Nicht vergessen, sehen braucht Akkusativ. Wir sehen ein Paar, die, ein Paar, das, Paar, das, die sich vielleicht im Café befinden. Ja, sehr gut. Auf dem Bild schreibt Alena. Auf dem Bild sehe ich zwei Personen, die sich wahrscheinlich in einem Restaurant befinden. Ja, okay. Ähm, sehe ich zwei Personen, oder sagen wir einfach, sehe ich einen Mann und eine Frau. Ja, wir haben gesagt, ich sehe braucht Akkusativ. Zwei Personen, zwei Personen, einen Mann und eine Frau, sie, oder wir machen einen Relativsatz, sehe ich einen Mann und eine Frau, sie befinden sich wahrscheinlich in einem Restaurant. Ja, ja, man muss nicht immer einen Relativsatz, ja, man muss nicht immer einen Relativsatz bilden. Man kann auch zwei Hauptsätze bilden. Ja, ähm, ja, ich sehe, auf dem Bild sehe ich einen Mann und eine Frau, sie befinden sich wahrscheinlich in einem Restaurant. Und man kann auch sagen, der Mann und die Frau, das habt ihr gerade gesagt, könnten ein Paar sein. Sie könnten, sie könnten ein Paar sein, sie könnten ein Ehepaar sein, ja, sie könnten 30 Jahre alt sein. Wer hat, schreibt, die Frau hat, genau, okay. Sie befinden sich wahrscheinlich in einem Restaurant und dann die Frau hat, schreibt, wer hat, hat schwarze Haare. Sie trägt, sie trägt eine schwarze Bluse, ja, eine, oder seien wir, schwarze Haare, haben wir gesagt, die Frau hat schwarze Haare. Sie trägt eine schwarze, oder, Bluse. Mehr sehen wir nicht, oder? Wir sehen die Haare, wir sehen die Bluse. Also, die Frau hat schwarze Haare, sie trägt eine schwarze Bluse. Wir haben immer noch Akkusativ überall. Der Mann hat hellbraune Haare und trägt einen, und einen braunen Vollbart. Sehr gut. Also, der Mann hat hellbraune Haare und einen hellbraunen, einen schwarzen, oder? Der Bart ist schwarz, oder? Einen schwarzen Vollbart. Sehr gut. Also, sie könnten 30 Jahre alt sein, schreibt, wer hat, die Frau hat schwarze Haare und trägt eine schwarze Bluse. Der Mann hat hellbraune Haare und einen braunen, einen braunen Vollbart, schreibst du. Und er trägt eine rote Bluse. Der Mann trägt keine Bluse. Er trägt einen roten Pullover. Okay, Narges schreibt, auf dem Bild sehe ich zwei Personen, eine Frau und einen Mann und ein Laptop, sehen wir auch. Die beiden sind sehr glücklich, ja, sehen glücklich aus. Okay. Sie sehen verliebt aus. Sie sehen verliebt aus, schreibt, lies, ja. Sie sehen verliebt aus. Kann man auch sagen, sie, ähm, der Mann und die Frau sehen sehr glücklich aus. Okay, was sagen wir noch, schwarze, lange Haare und sie trägt schwarze Bluse, schreibt Emine. Der Mann hat hellbraune, hat hellbraune Haare mit Vollbart und er trägt einen roten Pullover. Artikel nicht vergessen, Emine. Einen, einer und so weiter. Sie lachen freundlich, ja. Ja, ähm, sie setzen, das schreibt für halt auch. Der Mann und die Frauen sehen glücklich aus. Sie sitzen an einem Esstisch. Ja, sie setzen und schauen etwas auf dem Laptop, das an dem Tisch steht. Ja, sie sitzen an einem Esstisch. Auf dem Esstisch sieht man. Was sehen wir? Einen. Lab. Top. Was noch? Auf dem Esstisch sieht man. Wer schreibt dazu etwas auf dem Laptop, das an dem, oder der Laptop, der oder das, an dem Tisch, auf dem Tisch steht. Wer hat? Okay, ja. Wer schreibt? Der hat kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Das ist ein Vollbart. Dreitagebart. Mehr als drei Tage. Ein Laptop und eine rote, was? Glas. Ein rotes Glas. Die Tastatur. Wir sehen einen Laptop. So, wir sehen hier einen Laptop. Zwei Gläser. Oder? Wir sehen zwei Gläser. Zwei Besteck. Oder? Wir sehen hier eine Gabel, ein Messer. Eine Gabel, ein Messer. Besteck, Servietten und eine Kerze. Oder? Also, wir sehen einen Laptop. Zwei Gläser. Besteck und Servietten. Und wir sehen eine Kerze. Okay. So. Das ist alles, was man sehen kann. Der Hintergrund ist unscharf, oder? Im Hintergrund sieht man, stehen zwei Gläser. Genau. Zwei Gläser. Sieht man, zwei Gläser. Stehen zwei Gläser. Im Hintergrund. Oder man kann auch sagen, der Hintergrund ist unscharf. Der Hintergrund ist unscharf. Oder? Was kann man hier sehen? Da ist der Hintergrund. Da kann man nicht so viel sehen. Der Hintergrund ist unscharf. Da glänzt alles. Okay. Das waren die zwei Personen. Lichterkette. Ja. Man sieht Lichterkette auf einem Baum. Stimmt. Stimmt. Ja. Da ist ein Baum. Da sehen wir Lichterkette. Ja. Ja. Also der Hintergrund ist unscharf. Aber man kann einen Baum mit einer Lichterkette erkennen. Das waren die Personen. Ja. Okay. Das waren die Personen. So. Wir haben gesagt, die könnten in einem Restaurant sein. Die sitzen an einem Esstisch. Und da sehen wir einen Laptop. Was machen die zwei Personen hier? Das ist die Situation dann. Ein Fenster mit vielen Lichtern. Ja. Ob das ein Fenster ist? Ich weiß nicht. Ich denke, die könnten Bäume sein. Ich weiß auch nicht. Also das Bild ist unscharf. Aber das könnte ein Baum sein. So. Zu der Situation. Was machen die zwei Personen? Die Zeit ist Abend. Ja. Die sind am Abend. Es ist Abend. Was machen die zwei Personen am Tisch mit dem Laptop? Was kann man sagen? Man kann sagen, ich denke, die zwei Personen bestellen etwas. Oder? Was machen sie? Sind sie zu Hause? Sie könnten auch zu Hause sein. Sie könnten auch zu Hause sein. Man kann sich vorstellen, dass die zwei Personen zu Hause sein könnten. Also die, ich denke, die zwei Personen bestellen etwas im Internet. Während sie auf das Essen im Restaurant warten. Die sind im Restaurant, die haben etwas bestellt. Sie warten auf das Essen und währenddessen bestellen sie etwas im Internet. Oder erledigen sie etwas im Internet. Die sind glücklich, die sehen glücklich aus und die schreiben zu... Ja, kann sein. Sie chatten mit Freunden. Ich vermute, sie chatten mit anderen Personen. Das kann man auch schreiben. Das Thema hier ist Einkaufen. Ich denke, die zwei Personen bestellen etwas im Internet, während sie auf das Essen im Restaurant warten. Sie hat ihren rechten Arm auf der linken Schulter des Mannes. Ja? Das kann man auch sagen. So, ich denke, zum Bild kann man nicht mehr sein. Wir lesen noch einmal. Auf dem Bild sehe ich einen Mann und eine Frau. Der Mann und die Frau könnten ein Paar sein. Sie befinden sich wahrscheinlich in einem Restaurant. Die Frau hat schwarze Haare. Sie trägt eine schwarze Bluse. Der Mann hat hellbraune Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trägt einen roten Pullover. Der Mann und die Frau sehen sehr glücklich aus. Ja, man kann auch sagen, sind glücklich. Aber besser ist, wenn man das Verb Aussehen benutzt. Also der Mann und die Frau sehen sehr glücklich aus. Sie sitzen an einem Esstisch. Auf dem Esstisch sieht man einen Laptop, zwei Gläser, Besteck, Servietten und eine Kerze. Der Hintergrund ist unscharf, aber man kann einen Baum mit einer Lichterkette erkennen. Ich denke, die zwei Personen bestellen etwas im Internet, während sie auf das Essen im Restaurant warten. Das war das erste Bild. Bestellung im Internet. Dann haben wir unser zweites Foto. Was sehen wir hier? Sie schauen etwas sehr Lustiges im Internet auf dem Laptop an, kann man auch sagen. Das Bild zeigt eine Situation im Restaurant. Auf dem Tisch steht ein Laptop. Okay, was sehen wir hier? Auf dem Bild sehe ich, was sehen wir? Eine Frau. Ja, und dann? Auf dem Bild sehe ich eine Frau. So, ja, die Frau. Ja, auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Bei der Bildbeschreibung sind einige Sachen wichtig. Also, Akkusativ ist sehr wichtig. Wir benutzen das Verb sehen. Sehen braucht Akkusativ. Ich sehe das und das und das und das. Und die Adjektivdeklination. Eine junge Frau. Ein kleines Mädchen und so weiter. Akkusativ auch. Weil wir da normalerweise Akkusativ benutzen. Sehe ich eine junge Frau. Das ist sehr wichtig. Auf dem Bild sehe ich eine Frau, die sich in einem Kleidungsladen befindet. Sehr gut. Sie hat braune, lange Haare und trägt eine gelbe Jacke. Sehr gut. Eine junge Frau, die sich in einem Kleidungsgeschäft befindet. Was schreiben die anderen? Also, auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die sich in einem Bekleidungsgeschäft befindet. Da haben wir einen Relativsatz mit dem Verb am Ende. Dann sagen wir, die Frau hat, habt ihr gesagt, lange braune Haare oder sie trägt eine gelbe Jacke oder ein gelbes Jackett. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Ein Mann schreibt, die sich in einem Kleidungsgeschäft befindet. Sie sieht verärgert aus. Warum? Oder sie sieht konzentriert aus. Weil sie nicht weiß, welche Jacke sie auswählen, welche Jacke sie kaufen kann. Ja, aber sieht sie verärgert aus oder sieht sie einfach konzentriert aus? Sie schaut sich die Kleidungsstücke an und sie sieht konzentriert aus. Sie trägt eine gelbe Jacke. Was heißt das hier, wo die Frau steht? Sie steht an einem Kleiderständer. Da sehen wir einen Ständer. Genau, da sehen wir einen Ständer. Ja, das ist ein Ständer, wo die Frau steht. Mit vielen Kleidungsstücken. Mit vielen Kleidungsstücken. Also sie steht an einem Kleiderständer. Mit vielen Kleidungsstücken. Sie möchte ein Kleidungsstück fehlen. Daher sieht sie konzentriert aus. Ja. Sie sucht ein Kleidungsstück aus. Was sehen wir hier? Wir sehen Jacken. Wir sehen Blusen. Wir sehen Pullover. Wir sehen Jeanshosen. Oder was ist das? Jeanshosen. Wir sehen Kleider. Weiße Kleider. Blusen. Pullover. Jeanshosen. Pullover. Jacken. Blusen. Oder Pullover. Und Jacken. Und so weiter. Was können wir noch sagen? Im Hintergrund Ziehe ich. Was sehen wir im Hintergrund? Jacken, Hosen, Hemden. Ja. Das kann man auch sagen. Also sie steht an einem Kleiderständer. Mit vielen Kleidungsstücken. Man kann Jacken, Pullover, Pullover, Hosen, Kleider erkennen. Man kann Jacken, Pullover, Jeanshosen, Hosen und Kleider erkennen. Man kann Da haben wir das Verb erkennen. Erkennen braucht auch Akkusativ. Man kann Jacken, Pullover, Jeanshosen und Kleider erkennen. Sie sucht ein Kleidungsstück aus. Im Hintergrund sehen wir sie könnte 20 Jahre alt sein. Das kann man hier schreiben. An der auf dem Regal steht auf dem Regal, oder? Nicht an dem Regal. Auf dem Regal steht eine Vase Tasche und Schuhe. Ja, da sehen wir hier ist das eine Tasche oder eine Jeanshose. Im Hintergrund sehe ich ein ein weißes Regal mit einer Vase mit einer Jeanshose und ein paar Schuhen. Schuhen. Im Hintergrund sehe ich ein weißes Regal mit einer Vase einer Jeanshose und ein paar Schuhen. Kann man noch etwas erkennen? Sie hat lange braunen Haar, haben wir gesagt. Okay. Ja. Ich denke, das ist alles, oder? Oder kann man noch etwas sagen? Das ist alles, was wir sehen können. Eine Vase mit Blumen, mit Pflanzen. Regal, Kleider, Ständer, die Frau, das ist alles. Okay, jetzt lesen wir das noch einmal. Ich lese das laut. Ich lese das vor. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau, die sich in einem Bekleidungsgeschäft befindet. Die Frau hat lange braune Haare. Sie trägt eine gelbe Jacke. Sie steht an einem Kleiderständer mit vielen Kleidungsstücken. Man kann Jacken, Pullover, Jeanshosen und Kleider erkennen. Sie sucht ein Kleidungsstück aus. Im Hintergrund sehe ich ein weißes Regal mit einer Vase, einer Jeanshose und ein paar Schuhen. Okay, jetzt stellen wir Fragen zum Thema. Da haben wir jetzt auf dem ersten Bild, haben wir einen Mann und eine Frau, die wahrscheinlich etwas im Internet bestellen. Sie kaufen im Internet ein. und auf dem zweiten Bild sehen wir eine Frau, die in einem Geschäft einkauft. Die Frage könnte, also wo kaufen Sie am besten ein? Im Internet? Im Internet oder in einem Geschäft? Online oder offline? Was kann man da sagen? Wo kaufen Sie am besten ein? Im Internet oder in einem Geschäft? Wie können wir auf diese Frage antworten? Wer hat Antwort auf diese Frage? Das Thema ist Einkaufen. Ja. Sie hält einen roten Pullover in der einen Hand. Ja. Das kann man auch sagen. Sie, genau, sie sucht immer noch. Sie ist auf der Suche nach einem Pullover oder etwas oder nach einem etwas nach etwas anderem. Ja, man sagt, man kann auch sagen, es steht bei einem Kleiderständer oder an einem Kleiderständer. Das ist besser. Besser, wenn man an. An benutzt man, wenn etwas vertikal ist. Vertikal. Sie steht an. Etwas hier. Wenn man einen Tisch hat oder ein Regal hat oder eine Tafel hat, dann sagt man, man steht an der Tafel, an dem Kleiderständer. An ist besser. Bei bedeutet in der Nähe. Ich kaufe nicht gerne online. Ich gehe in den Laden und probiere die Kleidungsstücke an, um herauszufinden, welche Farbe mir steht und welche Größe mir passt. Sehr gute Antwort, Verhat. Also Verhat schreibt, Ich kaufe nicht gern online. Ich gehe in den Laden und probiere und probiere die Kleidungsstücke ein, an, um herauszufinden. zu fänden. Schreiben wir zusammen. Das schreiben wir zusammen. Herausfinden ist zusammen ein Verb. Welche Farbe mir steht und welche Größe mir passt. Okay, sehr gut. Was schreiben die anderen? Was schreiben die anderen? Also ich kaufe nicht gern online ein. Ich kaufe nicht gern online ein. Ich gehe in den Laden und probiere die Kleidungsstücke an, um herauszufinden, welche Farbe mir steht und welche Größe mir passt. Ich kaufe gern in den Geschäften ein, schreibt Leila, weil ich die Kleidung ausprobieren, an, anprobieren möchte. Hallo, Johara. Was schreiben die anderen? Das ist eine gute Antwort. Das ist genug hier. Ich kaufe nicht gern online ein. Man kann hier fragen, was kaufen sie online und was kaufen sie in Geschäften ein? Was kaufen sie online und was kaufen sie in Geschäften ein? Es könnte sein, dass sie das Frau zu einkaufen, sie könnte eine Studentin an der Uni sein. Ja. Ich glaube, im Geschäft ist besser. Ja, aber warum? Warum? Also, wenn wir eine Frage bekommen, wir können einfach nicht einen Satz formulieren. Wir brauchen zwei Sätze. Also, man kann sagen, wo es besser ist und warum. Es könnte... Ich kaufe nur Spielzeug für meine Kinder online. Ja. Warum? Warum? Ich kaufe nur Spielzeug für meine Kinder online ein. Spielzeug. Da man schnell die Preise vergleichen kann. Also, man kann sagen, da es bequem und schnell ist. Außerdem kann man schnell die Preise vergleichen. ich kaufe gerne nicht nur einen Satz zu sagen. Ich kaufe nur Spielzeug für meine Kinder online ein, da es bequem und schnell ist. Außerdem kann man schnell die Preise vergleichen. ich kaufe gerne im Geschäft ein. Ich gehe gerne in den Laden. In mir schreibt, ich kaufe über Internet meine Gegenstände ein, weil ich keine Zeit dafür habe und der Transport ist einfach. Genau, das kann man auch sagen. weil ich keine Zeit habe in die Stadt zu gehen und einzukaufen und weil der Transport der Versand einfach und meistens kostenlos ist. So, was kaufen sie online und was kaufen sie in Geschäften ein? Also, Barry wan schreibt, ich kaufe Kleidung in den Geschäften ein, da ich anprobieren möchte. Genau, sehr gut. Ich, also, Kleidung kaufe ich in Geschäften ein, da ich die Kleidung anprobieren möchte. Okay? Was kann man noch sagen? Kleidung kaufe ich in Geschäften ein, da ich die Kleidung anprobieren möchte. Ich kaufe alle meine Sachen online ein, außer Kleidung, weil ich die Kleidung anprobieren muss, schreibt Jonas. Jonas, Yusuf, Entschuldigung. Ich kaufe meine Sachen, alle meine Sachen online ein, außer Kleidung, weil ich die Kleidung anprobieren muss. Weil dort, weil ist dort besser, weil die Sachen dort besser sind. Ich kaufe Schuhe online, ich kaufe schon online ein, kaufe schon online. Ich mag die Kleidung probieren, anprobieren. Ich gehe immer in den Laden. Okay, also Kleidung kaufe ich in Geschäften, Geräte und Bücher bestelle ich lieber online. da was kann man da schreiben? Geräte und Bücher bestelle ich lieber online. Da ist bequemer und bequemer ist und der Versand meistens kostenlos ist. Da ist bequemer ist und der Versand meistens kostenlos ist. Man kann auf ist hier verzichten. Kleidung kaufe ich in Geschäften ein, da ich die Kleidung anprobieren möchte. Geräte und Bücher bestelle ich lieber online, da es bequemer ist und da der Versand meistens kostenlos ist. Verschiedene Varianten schreibt man live. das kann man lernen. Ich habe keine Zeit, wenn ich damit ich in die Geschäfte gehe. Deshalb kaufe ich einfach online ein. Also einfach weiter lernen. Lesen, hören und wenn du etwas liest, dann einfach kannst den Satz analysieren. Also nicht so einfach lesen. Wenn du einen neuen Satz hast und den Satz liest, dann schau dir den Satz genauer an. Wo ist das Verb? Was braucht das Verb? Wo stehen die Elemente des Satzes? Nicht einfach den Satz lesen und verstehen. Verstehen ist gut. Ja, wir verstehen viel. Aber wenn wir einen neuen Satz lesen, dann Kleidung kaufe ich. Kaufe ist das Verb. Subjekt ist hier. Das muss Akkusativ Objekt sein. In Geschäften ein. Einkaufen ist das Verb. Also wenn wir etwas Neues lesen, dann müssen wir einfach uns den Satz genauer anschauen. Da braucht einen Nebensatz. Oh, wo ist das Verb? Da ist das Verb. Und so weiter. Da haben wir noch einmal. Das Verb ist am Ende. Das ist sehr wichtig. Ich kaufe meine Kleidungsstücke und Schuhe online und Schuhe bei Zalando ein, weil meine Größe nicht ja, weil meine Größe damit ich die richtige Größe habe. Lebensmittel kaufe ich beim im Geschäft oder im Laden ein. Okay. Das war das erste Thema Einkauf. Man kann einfach man kann auch andere Fragen stellen. Das sind genug. Dann haben wir hier unser nächstes Thema. Was sehen wir da? Wer was sehen wir auf dem Bild? Wer sehen wir auf dem schreibt etwas? Was sehen wir hier? Genau, die Struktur ist sehr wichtig, wenn man eine neue Sprache lernt. Jemand hat eine Lösung. Man kann Deutsch besser lernen. Auf dem Bild sehe ich zwei Mädchen, die sich auf der Straße befinden. Sehr gut. Wer hat sehe ich zwei Mädchen, die sich auf der Straße befinden. Ich denke, sie sind auf dem Weg zur Schule, das kann man auch sagen. Oder unten hier. Also auf dem Bild sehe ich zwei Mädchen, die da haben die einen Relativsatz, die sich auf der Straße befinden. Und dann die 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 Straße überqueren. Da sehen wir auch einen Zebrastreifen. Die sich auf der Straße befinden. Oder die die Straße überqueren. Und die Straße überqueren. Die sich auf der Straße befinden und die Straße überqueren. Die über die Straße überqueren. Oder die über die Straße gehen. Die über die Straße gehen. Über die Straße gehen. Oder die Straße überqueren. Überqueren braucht Akkusativ. Ja. Jetzt beschreiben wir die zwei Mädchen. Das Mädchen links und das Mädchen rechts. So kann man die zwei Mädchen unterscheiden. Also wenn man verschiedene Personen hat, dann sagt man der Mann die Frau. Da haben wir zwei Mädchen. Sie machen sich auf dem Weg zur Schule. Sie machen sich auf zur Schule. Sie gehen zusammen in die Schule. Kann man auch sagen? Ja. Die beiden sehen ganz glücklich aus. Ja. Die beiden sind die beiden sehen aussehen. Die sehen glücklich aus. Ja. Beide tragen eine Tasche und die Hände sind in der Jackentasche. Sehr gut. In den Jackentaschen. Sie gehen über den Zerberstreifen. Sehr gut. Sie gehen über den Zerberstreifen. Das Mädchen links sie hat genau sie hat lockige schwarze links links oder rechts meine so. Sie hat lockige schwarze Haare und trägt eine blaue Jacke und eine gestreifte Bluse. Ja. Das ist dann rechts. Okay. Das Mädchen rechts hat lockige schwarze Haare mit braunen Strähnen und und also dieses Mädchen hier das Mädchen rechts hat lockige schwarze Haare mit braunen Strähnen. Sie trägt Ohrringe eine das hat für Haare geschrieben eine blaue Jacke blaue Jacke einen gestreiften Pullover oder Bluse das könnte eine Bluse sein das könnte ein Pullover sein und eine schwarze Hose oder die beide tragen schwarze Jeans also das ist hier das ist schwarz und das ist dunkelblau so auf dem Bild sehe ich einen Mann nee du bist oben Milan sie hat lockige schwarze Haare und trägt eine blaue Jeans und eine gestreifte bluse gestreifte blaue graue ja eine einen weiß blau gestreiften Bluver weiß blau ich denke das hier ist ein Buch oder das könnte ein Buch sein ich denke das ist ein Buch sie hält ein Buch hier oder ja ein englisch Buch und ein schwarz sie trägt eine Schultasche auf dem Rücken ja eine schwarze Hose außerdem trägt sie einen Druck Sack auf dem Rücken die Hände stecken in den Jackentaschen die Hände sie hat zwei Hände die Hände stecken in den Jackentaschen und sie hält ein Buch mit den Händen die Hände stecken in den Jackentaschen und sie hält ein Buch mit den Händen unter der Jacke also außerdem trägt sie einen Rucksack auf dem Rücken die Hände stecken in den Jackentaschen und sie hält ein Buch mit den Händen das ist das erste Mädchen das zweite ist das Mädchen links die Hände stecken in den Jackentaschen und sie hält mit denen ein Buch und sie hält ein Buch mit denen ein Buch beide Mädchen haben dunkle braune und lockige Haare nur das linke Mädchen hellblaue Jacke Adjektiv Dignation die beiden stecken ihre Hände in den Jackentaschen das Mädchen links hat schwarze Haare hat schwarze Haare sie trägt was trägt sie wer beschreibt sie eine Tokise Jacke ja das hier ja Tokise Jacke das Mädchen links hat schwarze glatte Haare ja sie trägt schwarze grauen dunkelgrünen welche farbe ist das kaputzen kaputzen pullover oder hoodie und eine dunkel blaue jeans pose hat 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 grüne Jacke an mit einem genau mit einem weißen mit einer weißen Aufschrift also das Mädchen links hat schwarze Haare sie trägt einen kaputzen einen dunkelblauen dunkelgrünen kaputzen pullover oder hoodie und eine dunkelblaue jeans hose man kann auch sagen sie trägt einen schwarzen Rucksack einen dunkelgrünen kaputzen pullover und eine dunkelblaue jeans hose ok eine schwarze hose außerdem trägt sie einen rucksack ja sehr gut sie tragen grüne jacken und schwarze hose jacken hose so das waren die zwei Mädchen was können wir noch sagen wir haben gesagt die Mädchen befinden sich auf der straße sie überqueren die straße jetzt haben wir den hintergrund also hier können wir sagen ich denke sie sind auf dem weg zur schule im hintergrund sieht man was sehen wir im hintergrund sieht man autos und häuser oder mehr nicht straßen schild straßen schilder das ist auch ein schild im hintergrund sie hat einen schwarzen rucksack auf dem rücken im hintergrund sieht man autos häuser und straßen schilder viele gebäude viele häuser kann man sagen viele häuser gebäude wir sehen autos wir sehen zebrastreifen wir sehen schilder straßenschilder wir sehen bäume wir sehen hier einen baum und da sehen wir einen baum und da sehen wir auch einen baum das kann man auch sagen so jetzt lesen wir wie wir dieses bild hier beschrieben haben vielleicht haben wir auch fehler gemacht mal schauen auf dem bild sehe ich zwei mädchen die sich auf der straße befinden und die straße überqueren das mädchen rechts hat lockige schwarze haare mit braunen strähnen sie trägt ohrringe eine blaue jacke eine hellblaue eine türkise jacke einen weiß blau gestreiften pullover und eine schwarze hose außerdem trägt sie einen rucksack auf den rücken die hände stecken in den jackentaschen und sie hält mit ihnen mit denen ein buch ein buch mit den händen und sie hält ein buch und sie hält ein buch unter der jacke einfach und sie hält ein buch unter der jacke und sie hält mit denen mit denen mit ihnen mit denen ein Buch unter der jacke Das Mädchen links hat schwarze Haare. Sie trägt einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken, einen dunkelgrünen kaputzen Pullover, Hoodie mit einer weißen Aufschrift, eine dunkelblaue Jeanshose und dann, ich denke, sie sind auf dem Weg zur Schule. Im Hintergrund sieht man Autos, Häuser und Straßenschilder. Das ist Foto Nummer 3. Dann haben wir das vierte Foto. Was sehen wir hier? Was sehen wir auf dem Foto? Man kann auch sagen, ich denke, es ist Winter, es ist Herbst, es ist Sommer. Das kann man auch sagen. Ja, auf diesem Foto hier kann man sagen, ich denke, es ist Sommer. Da sehen wir Bäume und die Blätter sind grün. Sommer, Frühling. Also es kann April sein. Es kann März sein. Was sehen wir hier? Auf dem Foto sehe ich zwei Personen. Ja. Mehr. Was sehen wir noch? Auf dem Foto sehe ich zwei Personen. Ich vermute, dass das Wetter kalt ist, weil die Mädchen warme Kleidung anhaben. Sehr gut. Ich vermute, dass das Wetter kalt ist, weil die Mädchen warme Kleidung anhaben. So, auf dem Bild sehe ich eine Frau auf einem Fahrrad. Sehe ich eine Frau auf einem Fahrrad und einen Mann auf einem Motorrad. Da sind die zwei Personen im Vordergrund. Ja, die sind für uns wichtig. Und wichtiger ist die Frau vor dem Mann. Eine Frau, die mit dem Fahrrad fährt. Einen Mann, der mit dem Motorrad fährt. Sehr gut. Ja. Hier sieht man zwei Fahrräder, zwei Fahrradfahrer. Ich denke, das ist hier ein Motorrad. Wir haben ein Fahrrad und ein Motorrad. Auf dem Bild sehe ich eine Frau auf einem Fahrrad und einen Mann auf einem Motorrad. Dann die Frau. Die Frau hat im Sommer hat Fahrrad mit einem Fahrrad und einem Mann auf einem Motorrad. Ja. Im Bild sind zwei Personen auf der Straße, sagt Ramazan. Sehr gut. Mehr. Wir brauchen mehr. Da. Die Frau hat Haare. Da ist ein größeres Auto. Die Frau hat Ein Mann und eine Frau, die sich auf der Straße befinden. Ja. Die Frau hat schwarze Haare. Ja. Die Frau hat schwarze Haare. Sie trägt. Was trägt sie? Eine Sonnenbrille. Kopfhörer. Einen Rucksack. Auf dem Rücken. Ein. Sie trägt. Sie trägt eine Tasche und eine Sonnenbrille und hat schwarze Kleidung. Ja, aber was hat sie genau? Ja, aber was hat sie genau? Was hat sie genau an? Also. Sie trägt. Eine Sonnenbrille. Kopfhörer. Kopfhörer haben wir gesehen. Ein Rucksack. Auf dem Rücken. Ein T-Shirt und eine kurze Hose. Ein. Was für eine Farbe ist das? Ein graues T-Shirt und Shorts. Oder? Und eine schwarze kurze Hose. Und eine schwarze kurze Hose. Schwarze und weiße Socken und weiße Schuhe. Das können wir alle sehen. Oder? Kurze schwarze Hose. Ja. Die Frau trägt ein T-Shirt, eine Tasche und eine kurze Hose. Sie hat Tattoo an ihrem Bein. Dieses Bild erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit meinen Freunden zur Schule zurückkam, auf die sie zur Schule ging. Sie trägt einen Zopf. Das sehen wir auch. Sie hat einen Zopf. Also. Sie hat ein oder einen Tattoo. Sie hat ein Tattoo auf ihrem Tattoo. Sie hat ein Tattoo auf ihrem Bein. Sie fährt zur Arbeit. Das kann man sagen. Die Frau fährt ihr Fahrrad zur Uni. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Also. Sie hat ein Tattoo auf ihrem Bein. Der Mann trägt einen Motorradhelm. Einen Helm. Motorradhelm. Das noch. Das Fahrrad der Frau hat rote Farbe. Ja. Sie. Da kann man sagen. Auf einem roten Fahrrad. Roten Fahrrad. Ich vermute, dass die Frau gerne mit dem Fahrrad fahren möchte. Ja. Ja. Kann man auch sagen. Also. Der Mann hat einen schwarzen Motorradhelm. Er trägt. Er trägt eine Weste. Ein T-Shirt. Eine schwarze Hose. Schwarze Schuhe. und auf dem Motorrad hinten hat er eine Kiste. Also. Den beschreiben wir nicht. Die Frau ist hier wichtiger. Das habt ihr schon gesagt. Und so weiter. Also. Das kann man hier ergänzen. Der Mann trägt einen Motorradhelm. Eine graue Weste. Ein schwarzes. T-Shirt. Eine schwarze Hose. Und schwarze Schuhe. Auf dem Motorrad hinten kann man eine Kiste. Er kennen. Das ist genug. Ich denke er. Er liefert etwas oder ist auf dem Weg zur Arbeit. Die Frau noch einmal. Ich denke. Sie. Klein geschrieben. Sie. Sie ist auf dem Weg zur Schule oder zur Uni. Die. So. Was können wir noch sagen? Im Hintergrund. Sehen wir einen LKW. Sehen wir einen Stand. Wir sehen Gebäude. Wir sehen Leute und so weiter. Das kann man auch sagen. Im Hintergrund sieht man einen Stand. und einen LKW. Gebäude und Leute. Gebäude und Leute. Ist das alles? Ich vermute. Ich denke. Es ist Sommer. Weil die Frau und die Leute. Oder? Ja. T-Shirts und so weiter. Sommerkleidung. Leichte Kleidung tragen. Weil die Leute. Leichte Kleidung tragen. An der. So. Jetzt lesen wir noch einmal. Das haben wir. Zu diesem Foto haben wir viel geschrieben. Auf dem Bild sehe ich eine Frau. Auf einem roten Fahrrad. Und einen Mann. Auf einem schwarzen Motorrad. Auf einem Motorrad. Die Frau hat schwarze Haare. mit einem Zopf. Sie mit einem. Sie trägt eine Sonnenbrille. Kopfhörer. Einen Rucksack auf dem Rücken. Ein graues T-Shirt. Eine schwarze kurze Hose. Weiße Socken. Und weiße Schuhe. Sie hat ein Tattoo auf ihrem Bein. Ich denke sie ist auf dem Weg zur Schule. Oder zur Uni. Oder in den Park. Der Mann trägt einen Motorradhelm. Einen schwarzen. Eine graue Weste. Ein schwarzes T-Shirt. Eine schwarze Hose. Und schwarze Schuhe. Auf dem Motorrad hinten kann man eine Kiste erkennen. Ich denke er liefert etwas. Oder ist auf dem Weg zur Arbeit. Im Hintergrund sieht man einen Stand. Einen LKW. Gebäude und Leute. Ich denke es ist Sommer. Weil die Leute leichte Kleidung tragen. Okay. So. Zwei Fotos hier noch einmal. Zwei Mädchen sind auf dem Weg zur Schule. Zu Fuß. Und ein Mädchen ist auf dem Weg zur Uni oder zur Schule. Mit dem Fahrrad. Die Frage ist. Wie gehen sie am besten zur Schule? Zur Schule. Oder wie fahren sie? Wie fahren sie am besten zur Schule? Was kann man da sagen? Wer hat da eine Idee? Wie fahren sie am besten zur Schule? Wie fahren sie am besten zur Schule? Oder wie fahren sie zur Schule? Am besten gehe ich zu Fuß. Schreibt Ju. Am besten gehe ich zu Fuß zur Schule. Was schreiben die anderen? Ich gehe zur Schule mit dem Bus oder mit der S-Bahn. Also zur Schule fahre ich am besten mit dem Bus oder mit der U-Bahn. So, was schreiben die anderen? Wenn ich mich beeilen muss, dann mit dem Fahrrad, aber wenn ich Zeit habe, zu Fuß. Ja, das schreibt Emina. Also wenn ich mich beeilen muss, dann fahre ich mit dem Fahrrad, aber wenn ich Zeit habe, dann gehe ich zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Zu Fuß. Wie ist? Zu Fuß. Anschließend mit dem Zug und danach mit der U-Bahn. Und dann wieder zu Fuß. Ja, ich gehe zu Fuß. Anschließend mit dem Zug und danach mit der U-Bahn. Und schließlich wieder zu Fuß. Ja, also ich gehe zuerst zu Fuß. Anschließend mit dem Zug und danach mit der U-Bahn. schließlich, schließlich gehe ich wieder zu Fuß, laufe ich wieder zu Fuß. Das schreiben die anderen. Man kann hier auch sagen, wie gehen die Kinder in ihrem Heimatland normalerweise zur Schule. Wie gehen die Kinder in ihrem Heimatland normalerweise zur Schule? Die Polizei sagt, das Kinder soll mit dem Bus oder zu Fuß zur Schule gehen, aber ich bringe mein Kind lieber mit dem Auto her. Ja, also das Problem haben viele Schulen, wenn jeden Morgen 10, 20 Autos vor der Schule anhalten. Ja, dann ist die Straße blockiert. Ich fahre sehr gerne mit dem Auto her. Ich fahre sehr gerne mit dem Fahrrad, schreibt Alzebeta. So, was können wir hier sagen? Wir gehen die Kinder in ihrem Heimatland normalerweise zur Schule. Also da kann man sagen, bei uns gehen die Kinder normalerweise zu Fuß zur Schule. oder wie ist es bei euch, wenn die Schule weit weg ist, dann bringen die Eltern die Kinder zur Schule. oder fahren die Kinder alleine mit dem Bus zur Schule. Das Thema des Bildes ist, gehen zur Arbeit, ja, oder zur Schule gehen. In meinem Heimatland gehen die Kinder normalerweise zu Fuß zur Schule oder die machen, oder manchmal gehen sie zu Fuß. Fahren sie mit dem Bus, fahren sie mit dem Bus, meinen sie so, ich gehe zu Fuß zur Schule, schreibt Yusuf. Was kann man noch sagen? Also bei uns gehen die Kinder normalerweise zu Fuß zur Schule, wenn die Schule weit weg ist, dann bringen die Eltern die Kinder zur Schule oder fahren die Kinder allein mit dem Bus zur Schule. Zwei Fragen sind genug. Gibt es da Fragen? Wir haben heute noch einmal, wir haben vier Fotos beschrieben. Das erste und das zweite Fotos, das erste und das zweite Foto waren, also das erste, die ersten Fotos hatten das Thema Einkaufen, Online oder Offline. Die anderen zwei Fotos hatten das Thema zur Schule gehen, zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln. Gibt es da Fragen? Heute benutzen es viele Leute auch, Esquoter. Ja, aber Kinder dürfen das nicht benutzen. Ich denke erst ab, weiß ich nicht, ab 16, ab 18. Wenn keine Fragen sind, dann machen wir Schluss für heute. Einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Tschüss.